Rapid Bukarest ist ein rumänischer Sportverein aus Bukarest. Seine Fußballabteilung spielt seit 1990 in der ersten rumänischen Fußballliga. Geschichte Der Klub wurde am 11. Juni 1923 von Eisenbahnern gegründet. Rapid ist der einzige rumänische Vorkriegsverein, der aufgrund der Herkunft des ersten Generalsekretärs der rumänischen kommunistischen Partei Georgi Gio de aus dem Eisenbahner Milieu nicht aufgelöst wurde. Mitte Januar 2009 löste Marian Radha, der bis dahin die zweite Mannschaft betreut hatte, den Portugiesen Josepes Ero als Trainer ab. Nachdem Rapid in der Saison 2008-09 keinen Titel gewinnen konnte, trat Radha am 3. Mai 2009 zurück und wurde durch Viorel Hisso ersetzt, der den Verein in der Vergangenheit mehrfach betreut hatte. Am 31. Oktober 2009 wurde der technische Direktor Nikolai Manea auch Trainer der Mannschaft. Nachdem Hisso seinen Vertrag einen Tag zuvor aufgelöst hatte. Vor dem Start der Saison 2010-Eftel holte George Koppos der Metzen des Vereins mit Marius Sumudica einen neuen Trainer. Nach der Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Sportul Studentesk wurde Sumudica am 27. April 2011 entlassen und für die letzten fünf Spieltage durch Marian Radha ersetzt. Eine Woche nach seiner Kündigung als Trainer der rumänischen Nationalmannschaft unterschrieb Radzven Luczescu am 11. Juni 2011 einen Zwei-Jahres-Vertrag. Als Cheftrainer bei Rapid, frühere Vereinsnamen, Association Culture Asi Sportiva Casa Ferroviaroului Rapid Bukuresti, Football Club Rapid Bukuresti, Kaye Ferrate Romane Bukuresti, Lokomotiva Bukuresti, Klappel Sportiv Rapid Bukuresti, Uni Uno-Fortball Club Rapid Bukuresti, Football Club Rapid Bukuresti, Fußball, das Stadion Julisti, Valentin Staniske wurde am 10. Juni 1939 eröffnet und fast 19.100 Zuschauer. Ehemalige Spieler Stefan Auer, Elinden Andrade, Valentin Badeu, Julio Baratki, Roberto Visconti, Florin Bratou, Ion Bogdan, Wladimir Bozovic, Denzio E, Julio Cesar, Vintilla Kossini, Emilian Dolha, Stefan Filotti, Joan Viorel Ganea, Nicolette Georgescu, Tiberi U. Gioane, Honorato Glauber, Ilje Grivü, Ion Ionescu, Stefan Jovan, Iosef Lengheri U., Philippe Leonard, Bogdan Lobont, Nicolai Lopescu, Dimitro Mekri, Basil Marian, Lucian Marinescu, Viorel Moldovan, Joachim Moldovianu, Daniel Nicolet, Titus Ozon, Daniel Panku, Florian Radu, Sergio Radu, Razvenrat, Georg Rasinaru, Christian Sapo-Naru, Marius Sumudica, Florin Soava, Ionis Cichu, Ehemalige Trainer Rumänien Kolommen Braun Bogdan, Rumänien Francis Croné, Rumänien Valentin Stanescu, Rumänien Viorel Heso, Rumänien Mirce Lucescu, Rumänien Mirce Retnik, Rumänien Den Petrescu, Rumänien Razven Lucescu, Italien Cristiano Bergodi, Rumänien Marian Rada, Portugal Jose Pesero, Rumänien Nicolai Mania, Rumänien Cyprien Panait, Rumänien Johann Andon, Rumänien Marius Sumudica, Rumänien Johann Sabau, Rumänien Sandu Tabaka, Rumänien Viorel Moldovan, Rumänien Johann Viorel Ganea, Erfolge Rumänischer Meister, Rumänischer Wiesemeister, Rumänischer Pokalsieger, Rumänischer Supercup-Sieger, 1999, 2002, 2003, 2007. Rumänischer Liga Pokalsieger, 1994, Balkan Pokalsieger, 1964-1966, Mitropa Pokal, 1940, Europapokal der Pokalsieger Viertelfinalist, 1973, UEFA Pokal Viertelfinalist, 2006. Stand, 5. März 2016 Handball Rapid Bukarest ist neben seiner Fußballabteilung auch insbesondere für seine Damenhandballmannschaft bekannt. Sie spielt zur Zeit als Rapid CFR Bukaresti in der Landeshöchsten Liga und konnte ein 1964-DK-Sekundenfinale im Europapokal der Landesmeister. Der heutigen Champions League 14.13 gegen den dänischen Vertreter Helsingore für sich entscheiden. Den EHF-Pokal konnte Rapid Bukarest 1993 nach einem klaren 28 zu 16 Heimsieg und einem 22.24 gegen den französischen Klub CSL Dion gewinnen.